Ich glaube, das kriegen wir. Die Kollegen sind auch schon dran. Die Kollegen sind auch dran. Oh Gott. Gut. Das lässt sich ganz anders lenken als das Fahrschulauto. Wie geht's Ihnen? Schlecht. Ich ärgere mich. Ich hätte gerne weiterverfolgt. Okay. Wie geht's Ihnen? Ja, geht. Ich habe mir das Knie ein bisschen angerauen. Aber ansonsten ist es schon okay. Kommen Sie aus dem Fahrzeug raus? Ich kann es mal versuchen, ja. Oh Gott. Ja, es geht. Kommen Sie raus? Ich probiere auch mal rauszukommen. Nee, ich komme nicht raus. Oh Gott. Gut, ich rufe mal einen ADAC.